Jetzt, komm! Hier, Messie, mach was! Mach was! Fein, oder? Messie auch! Mach was! Hier! Er hat so einen Spaß. Er fordert den Mann auf das Lächeln, weil er so unglaublich fotografiert war. Was war das? Ja, Fein! Ja, Fein! Ja, Merci! Fein! Putsch! Schlau! Ja! Schlau! Ja! Ja! Und der Freibachter, ähm, natürlich, äh, Kaulis würde sich vielleicht gerne zurückbekommen, und jetzt wieder, also, kein Zufall. Rona, du auch. Da ist ja natürlich sehr, äh, kaum eine Träbung, die Blut des Behebeln nicht weggeht. Was allerdings für manche Außensprägerin bekehren wird, ist die Beschlüsse. Rona auch. Mach was. Mach was, Rona. Mach was. Ja? Ja, du glaubst dich ja heilig auch, dass wir das Leben nun weitergehen und ähm, ich kenn meinen Todiger seit 4 Jahren, ich mach den ganz gerne, dass wir, wir, das Leben uns nicht bei uns, warum soll ich nicht die Wahrheit sagen? Ja, das ist ja, warum nicht. Da muss ich mich mal überhaupt nicht daran achten, wenn heilig natürlich die Erdbeutung der Schöpfung und der Freibachter 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 und der Freibachter. Wir haben eine gute Beziehung, er ist mein bester Freund, wir haben viel Spaß zusammen, wir sind eine tolle Familie, also wir müssen zusammen in der Tat daran arbeiten. Ich glaube, ich habe einfach den richtigen Weg gefunden. Und dann machen wir es an. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Er war immer zu verliebt gewesen und er hat mit wirklich den verliebten Augen seine Kinder angeschaut. So eine Stimme aufmachen. Ja, ja, ja. Wer hätte vor allem gerechnet, dass es mehr Heidi und Ziele, sondern Heidi und Martin, die volle Wirke tauschen würden, aber so ist es. Und logischerweise, wenn zwei sie finden, dann gibt es die Verlierer. Und mit dieser Rolle kann Ziele ganz schlecht umgehen. Nein, ohne die Matte auch. Jawoll! Ich denke, Ziele ist schon richtig sauer, wenn er die beiden sieht. Ich glaube, er hat Martin seiner Zeit sogar selbst eingestellt. Ja, 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 ja So, Feierabend. Feierabend.